Hallo zusammen, ich bin Nevio. Ich mache hier bei Haas die Lehre als Landschaftsgärtner und heute würde ich euch mitnehmen und zeigen, was wir den ganzen Tag machen. Hier seht ihr mich gerade beim Hecken schneiden. Das ist wirklich eine Arbeit, die wir sehr viel machen. Zu meinen Hauptaufgaben zählt Mauern bauen, Sitzplätze erstellen und Pflanzen setzen. Es ist ein vielseitiger und spannender Beruf. Es ist streng, aber es ist schön am Abend zu sehen, was du gemacht hast. Hier siehst du einen Plan von einer Baustelle, die wir vor kurzem abgeschlossen haben. Hier haben wir Hochbeet erstellt, Mauern gebaut, Wegplatten verleiht und einen Brunnen gemacht. Was mir an diesem Betrieb gefällt, ist, dass es ein kleines Team ist mit acht bis neun Mitarbeiter. Wir machen normal Gartenumänderungen und Gartenunterhaltsarbeiten. Was du mitbringen musst, ist Teangeist, Freude der Natur, du hast den Kundenkontakt und musst mit den Händen richtig anpacken können. Wenn dir den Einblick gefallen hat, dann komm doch mal vorbei auf ein Schnupperliere. Wenn dir den Einblick gefallen hat, dann komm doch mal vorbei auf ein Schnupperliere.